ja hallo und herzlich willkommen hier zum neuen video und das soll jetzt mal ein ganz kurzes tutorial sein weil uns dieser fehler aktuell ganz ganz häufig begegnet da geht es nicht um das was hier vorne steht es geht wirklich rein nur um diesen fehler tendenzial value global esx das haben gerade ganz ganz vielen ganz vielen scripts oder stellen vielleicht auch fest okay sie sind auf esx 1.9 gegangen vielleicht auch später dann auf noch eine neuere version und da geht plötzlich nichts mehr da gehen plötzlich keine scripts mehr ich habe da tausend probleme und meist kommt dann genauso ein fehler und das ist sich ganz einfach lösen weil nämlich von esx jetzt die der support für die für das alte get shared event ausgestaltet wurde und was ihr machen müsst wenn sowas hier bei euch auftaucht damit das direkt wieder funktioniert das schauen wir uns jetzt eben stellen und das gute ist wirklich dass die lösung für das problem wirklich unglaublich einfach ist das bedeutet ihr nehmt euch einfach nur das script was die probleme macht und öffnet das einmal bei euch in irgendeinem code programm reicht auch notepad++ irgendwas und das problem liegt genau an dieser zeile hier oder an diesen zeilen so hat man das früher mal gemacht man hat ein event getriggert hat gewartet bis man da ein result bekommt und hat das dann übergeben braucht ihr nicht mal zu verstehen wichtig ist nur ihr nehmt diesen ganzen part und ersetzt den einmal mit den neuen exports ich schreibe euch das hier natürlich in die video beschreibung kopiert euch das einfach raus ersetzt das oben fertig und wichtig ist dass ihr das nicht nur in der client lua macht sondern auch in der server lua auf der server lua sieht sowas unter umständen mal ein bisschen anders aus mag sein einfach nicht beunruhigen lassen auch hier nehmt ihr einfach diesen ganzen partner aus zack ersetzt das mit dem export speichert fertig mehr ist das nicht das ist wirklich keine große sache wenn ihr das gemacht habt dann funktioniert das schon wieder beachtet halt dass wenn ihr andere scripts hat habt die mehrere client oder server lua files haben dann müsst ihr das natürlich in allen machen ansonsten ist das aber wirklich nur dieser kleine change dann ist dieser fehler die wir uns hier angeguckt haben sofort behoben das script funktioniert wieder einwandfrei und ihr habt auch mit der esx legacy 1.9 gar keine probleme mehr gut dann hoffe ich dass ich damit dem ein oder anderen helfen konnte wünsche einen schönen tag bis dahin und ciao